In den nächsten drei Filmen möchte ich Ihnen in Affinity Designer die Symbolpalette ein bisschen näher bringen. Als erstes löse ich diesen Text, den brauchen wir nicht. Die Grösse des Dokumentes spielt auch keine Rolle. Was Sie jetzt machen müssen ist dieses Symbol Fenster, dieses Symbol Panel holen. Das finden Sie unter Ansicht Studio und dort am ABC nach die Symbole. Die schiebe ich jetzt noch ein bisschen nach oben und ich beginne hier mit dem Ellipsen-Tool mit gedrückter Shift-Taste, mache ich jetzt eine Ellipse, die Grösse spielt auch keine Rolle. Ich sage mir Füllung möchte ich keine, das ist dieses Symbol hier oben. Kontur möchte ich vielleicht eine rote Kontur, irgend sowas und die Stärke der Kontur, das kann ich hier einstellen, entweder am Schieber oder direkt mit einem Doppelklick hier, ich mache mal anderthalb Punkt. Jetzt sieht man was. Gut, ich klicke hier ausserhalb, ich gehe auf das Zoom-Werkzeug, klicke hier, zweimal, da wird es ein bisschen grösser, gehe nochmals hier auf dieses Ellipsen-Tool und mit gedrückter Shift-Taste ziehe ich einen Kreis. Ich wähle den aus, hier mit dem Verschieben-Werkzeug und mit gedrückter Alt- und Shift-Taste mache ich eine Kopie. Diese beiden Sachen gruppiere ich. Entweder mit Command und G oder sonst hier oben mit gruppieren. So, Sie sehen sehr wahrscheinlich, das wird ein Gesicht geben. Ich mache da mal noch eine Nase rein. Klicke irgendwo, dass das deaktiviert ist. Jetzt noch ein Mund. Das muss gar nicht so perfekt aussehen. Irgend sowas. So, jetzt wähle ich alles aus. Das alles ausgewählt ist und jetzt gehe ich hier oben hin auf dieses Symbol und mit dem kann ich das wunderbar alles in die Mitte stellen. So, jetzt haben wir so ein Gesicht. Mit Command und Null mache ich wieder ganze Seite. Wenn ich das jetzt auswähle, alles zusammen und hier sage in den Symbolen erstellen, dann nimmt es mir jedes einzelne Symbol. Das kann schon gut sein, aber ich möchte das ganze Gesicht. Also, Command Z zurück. Command G gruppieren und dann nochmals erstellen. Und jetzt kann ich das Symbol entweder so hineinziehen. Verschiebe die nach oben. Oder ich kann diese beiden kopieren. Das kommt nicht darauf an. Es reagiert jetzt immer auf das Symbol. So, jetzt gehe ich in irgendeines dieser Symbole mit einem Doppelklick. Bin ich auf der Nase und wenn ich die jetzt groß ziehe, geht das auf allen Objekten. Wenn ich die breiter ziehe oder rotiere. Okay. Ich mache das mal Retour, dass wir da wieder die normale Nase haben und jetzt klicke ich hier auf dieses Synchronisieren Symbol. Das sieht man nicht sehr gut. Also, wenn ich da draufklick, ist das nicht mehr synchronisiert. Das heisst, wenn ich jetzt hier draufklick, könnte ich sagen, ja, ich mache das mal mit einer grösseren Nase. Ich nehme diese Nase hier unten. Ich mache die mal so. Ja, könnte man auch nehmen. Dann Doppelklick hier hinein. Ich mache diese Augen ein bisschen grösser. Ich mache die Nase ein bisschen grösser und jetzt haben wir vier Varianten. Also, ich zeichne eines und gehe dann davon aus. Das ist mal die erste Variante, wie Sie dieses Symbolpanel nützen können. Also, Sie zeichnen was und ändern es dann ab. Wichtig ist, ist es synchronisiert oder nicht.